Die gleichen Leute, die vor einigen Jahren uns erklärt haben, und das betrifft auch den Politikbereich, wie wunderschön die deregulierten Finanzmärkte sind, das sind die, die sich heute dran machen, vorzuschlagen, wie man ihnen denn nun regulatorisch zu Leibe rücken sollte. Es ist so, dass die meisten Ökonomen, die heute im Wissenschaftsbereich tätig sind, eben mit dem Effizienzmarkt Gedanken in ihrer tiefsten Herzgegend, obwohl sie da 1.000 Relativierungen im Einzelfall natürlich auch im Kopf haben, aber damit sind die groß geworden. Und jetzt hat es eben keine große Bereinigung gegeben. Es hat im Unterschied zur Übernahme oder zur Integration der DDR-Wissenschaft, da hat man die Leute rausgeschmissen und hat sie mit Westlern sozusagen besetzt. Und so eine Wahrheitsfindungsbereinigung hat es ja hier nicht gegeben. Ich habe nicht gesehen, dass eine heterodoxe Professur in Deutschland oder anderswo mal ausgeschrieben wurde in Bezug auf Finanzmarktforschung. Was ich sehe an den Universitäten ist, gerade hier in Frankfurt, dass einerseits die Finanzindustrie, House of Finance, Center for Financial Studies, um nun mal ein Wort zu nennen, hier als große Drittmittelgeber in Zeiten eben knapper Kassen für den Kernbetrieb an Universitäten einspringt. Dass ich letzte Woche einen schönen, netten Vortrag halten durfte, war ich auch sehr froh drum. Das war aber der Lecture Room Deutsche Bank. Das hätte es zu der Zeit, als ich hier in Frankfurt studiert habe, auf keinen Fall gegeben. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist natürlich, dass elementare Bereiche ausgegrenzt werden. Ich denke hier zum Beispiel an die Dogmengeschichte, ja, Geschichte des ökonomischen Denkens, dass man das im größeren Kontext sieht. Alle fordern es, nur an den Universitäten wird das gekürzt. Das gleiche betrifft Wirtschaftsgeschichte, ja. Die Kernkompetenzen möglichst im Bachelorstudiengang schnell durch, dann bleibt für solche soften, in Anführungsstriche, Bereiche wenig übrig. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute, die dann in die Banken marschieren, wenn die überhaupt kein historisches Bewusstsein haben und dann eben sich praktisch von dieser Schizophrenen mit Dominante auf Effizienzmarkttheorie dann in ihrem Handeln leiten lassen. Man muss realistischerweise sagen, dass 90 Prozent hier Einkommenserzielungschancen zukünftige im Vordergrund sehen. Was mich aber dann doch ein bisschen froh und optimistisch stimmt, ist, dass es ja sehr viele studentische Gruppen gibt, die heterodoxe Ökonomie also hier unterstützen wollen und die auch Druck machen, dass so etwas an den Unis angeboten wird. Und das ist natürlich auch wahr und gut und richtig, dass es im Bereich der Blog-Szene sagt, dass es da sehr intensive Diskussionen gibt. Dass nun hier Deutsche, die Nachdenkzeiten von mir aus Flassbeck und so weiter, gibt es ja viele, oder Project Syndicate etc. oder meinetwegen Nevermind the Markets und könnte ich jetzt noch ein paar aufzählen. Da findet eine sehr gute, sehr intensive Diskussion statt, teilweise ja auch mit eher Mainstream-Ökonomen. Und es ist ja auch so, dass die Mainstream-Ökonomie in einigen Bereichen nicht ganz falsch liegt. Also es gibt ja einige, die zum Beispiel fordern, dass das Eigenkapital und jetzt ungewichtet auf 20, 30 Prozent angehoben werden sollte. Das finde ich auch richtig. Nur wenn Herr Hellwig und Herr Sinso etwas vorschlagen, kommt da meiner Meinung nach zu kurz, dass eben sehr irrationale Prozesse hier am Werk sind. Und dass wir diesen manisch-depressiven Kreditzyklus, der sich immer wieder aufbaut, dass wir den nur loswerden, wenn wir zum Beispiel das Geldschöpfungsprivileg der Privatbanken abschaffen. Weil die automatisch, das ist Ihnen nicht vorzuwerfen, prozyklisch agieren. Und deswegen muss man hier an der Wurzel mal einen leichten negativen Feedback einbauen. Jetzt werden wir immer wieder diese empor schießenden Boomphasen haben, dann die Leveraging und dann wird voll auf die Bremse getreten. Jetzt werden wir wieder auf die Bremse getreten.